Robert Stein hatte Ralf Lierl zu Gast und es ging ganz stark um die bürgerliche Revolution, das Dr. Markus Krall auch. 16.000 Klicks, 16.000 in die irregeführte Menschen, die sozusagen in abergläubische Abenteuer verführt werden sollen. Das Ganze zeigte noch einmal das Märchen der österreichischen Ökonomie, also Hayek und Mises, die österreichische Schule der Ökonomie oder österreichische Ökonomie und ihr abergläubisches, antinaturwissenschaftliches Märchen. Und Ralf Lierl sprach also sozusagen, erwähnte das Märchen von dem Unternehmer als dem Befriediger bei den Kunden vorhandener Bedürfnisse. Dieses Märchen, schauen wir uns an, wie er es genau sagt. Er sagt wörtlich, Flierl also, der Unternehmer hat gar keine andere Möglichkeit, als die Bedürfnisse, die am Markt da sind, zu erkennen und zu befriedigen. Schauen wir uns das mal mit Wissenschaft an und nicht mit pseudowissenschaftlicher Pseudo-Volkswirtschaftslehre sozusagen. Und sagen, schauen wir uns das naturwissenschaftlich an. Also, entweder, ja, oder gucken wir uns erst mal an. Also, diese Behauptung behauptet quasi, dass Mendel, Wallace und Darwin sich geirrt haben. Dass die wichtigsten Wissenschaftler der Erde sich geirrt haben. Ja, Kopernikus, Kepler, Galilee, Newton stellen sie damit nicht in Frage. Aber, dass wir also, dass das gesamte Welt des Lebendigen irgendwie von einem Gesetz durchzogen ist, dass die Dinge mutieren und Selektion angreift. Also, Mutation und Selektion. Dass das selbstverständlich auch alle lebendigen Systeme und damit natürlich auch jedes ökonomische und jedes gesellschaftliche System durchdringt, sozusagen. Und, ja, und sie unterstellen also quasi, es gebe kein Marketing und nichts. Ja, also, wir hätten gar kein Marketing. Denn, wie war das? Fliel behauptet, genauso wie Krall. Also, das ist ja, da gibt sich ja der eine Nächste. Die sind ja da beide der gleichen irrigen Meinung, ja. Dass, also, sozusagen, ja, letztendlich sind sie beide der Meinung, dass, also der kreationistischen Meinung, dass Darwin, Wolles und Mendel Unrecht hatten. Die größten Wissenschaftler der Erde hatten Unrecht. Ja, ja, und sie selber haben Recht. Dann schauen wir uns das jetzt mal an. Also, wenn Darwin, Mendel und Wolles Recht hatten, dann sieht die Sache nämlich so aus. Hier haben wir jetzt mal den Händler, den Tauschhändler vor 400.000 bis 300.000 Jahren, der, also als Unternehmer, gar keine andere Möglichkeit hat angeblich nach Fliel, als die Bedürfnisse, die am Markt da sind, zu erkennen und zu befriedigen. Ja, also er erkennt die Bedürfnisse der Menschen, die sind da. Die Menschen wollen viel schmusen, die wollen viel Sex machen, viel Liebe machen und wollen schöne Kräuter essen, herrliche Gemüse und herrliche, süße, reife Früchte essen und so weiter. Ja gut. Und er liefert das an, versucht ihnen da quasi eine gewisse Arbeit abzunehmen, so eine Art arbeitsteiliges System und liefert das an. Und manche haben sich spezialisiert auf die Herstellung von Steinexten, mit denen man auch zum Beispiel Früchte besser ernten kann oder Gemüse besser ausbütteln kann aus dem Boden und so weiter. Ja, und dann sozusagen, ja, er verkauft dann, wenn er ja nur die Bedürfnisse, die am Markt da sind, erkennt, verkauft er also ein paar Steinexte, die dafür nötig sind, für die Gruppe, für die Kommune, in der er gerade zu Besuch ist, kaufen die ein paar Steinexte, so viel sie brauchen, um Gemüse besser ausbütteln zu können und besser abschlagen zu können aus den Bäumen und so weiter, die Früchte besser abschlagen zu können und Sachen verkleinern zu können. Und er verkauft eben ein paar frische, herrliche Gemüse und so weiter, denn derjenige, der die Steinexte herstellt, der muss ja irgendwie auch versorgt werden und der kauft dann eben diese frischen Gemüse und die herrlich reifen, frisch geernteten, süßen, reifen Früchte. Der kann nicht verdienen, denn die Früchte verderben ganz schnell, er hat also nur ganz wenig Möglichkeiten, so schnell so frisches Zeug heranzuliefern, dass es ihm dann auch abgekauft wird. So, der befrüdigt also wirklich nur die Bedürfnisse und zerstört nichts, er macht den Leuten keine Ängste, er erzeugt keine Konsumsucht, keine Kaufsucht-Tendenzen. Und dann steht hier im Wettbewerb zum Beispiel, der Händler, der zerstört, der also zufällig, weil er die Sprache nicht versteht, die eine Geschichte falsch verstanden hat und glaubt, dass eine Gruppe, eine Kommune etwas weiter entfernt angeblich eine andere nachts totgeschlagen hätte, also überfallen und totgeschlagen hätte. So schon greift er in die Gehirne der Menschen ein, manipuliert sie, erzeugt in ihnen Ängste und sie kaufen aus einem Schutzgedanken oder einem Präventivschlags-Angriffsgedanken, wir töten die anderen, bevor sie uns töten können, sozusagen kaufen die ihm ganz große Massen an Steinechsen ab, sozusagen. Und er entwickelt sozusagen Gemüse, also sagen wir mal so, er findet irgendwann später den Zucker und stellt dann Pseudo-Früchte her, nämlich Süßigkeiten, also Pseudo-süße, reife Früchte und glaubt wirklich an den Irrtum, dass das genauso gesund sei, wie diese herrlich reichen Früchte, die sein Konkurrent anbietet. Und die Leute glauben ihm dieses Märchen und werden kränklich dadurch und später bietet er noch schamanistische Dienstleistungen an und da kann er dann nochmal verdienen an den krankwerdenden, durch die Zuckerwahn krankwerdenden Menschen sozusagen. Und dann erzählt er noch sozusagen, dass irgendwie Körperkontakt schmusen und Sex in der Kommune ja so schmutzig und eklig und unschicklich sein und unkeusch und so weiter und verbreitet solche Ideen in der Welt und Philosophien. Und die Leute, die kriegen Angst vorm Schmusen, schmusen weniger, entwickeln eine Konsumsucht, wollen etwas anderes, was sie glücklich macht, wenn sie doch nicht mehr schmusen sollen sozusagen und dadurch kaufen sie mehr Konsumgüter ihm ab und dadurch wird dieser Händler furchtbar reich sozusagen und kann jetzt mit einem riesigen, erstens diese ganzen Geschichten kann er ausbreiten mit einem riesigen Marketingimperium, dass er ja quasi, in das er Energie reinstecken kann, weil er ja so viel Tauscherfolg hat sozusagen, kann er eben seine gewinnbringenden Irrtümer ausbreiten lassen sozusagen sozusagen im großen Stile und kann dadurch die Gehirnwäsche der Bevölkerung vergrößern und derjenige, der also hier nur die Bedürfnisse, die am Markt da sind, erkennt und befriedigt, also der hier, der stirbt aus, der stirbt gnadenlos aus und sozusagen muss seinen Laden schließen. Hier hat er noch drei Generationen lang ein Kind hinterlässt er und dann schließt dieses Kind den Laden wegen mangelnder Erfolglosigkeit, weil es nicht mehr, das Kind nicht mehr ernähren kann, während der hier gleich in der ersten Generation zwei Kinder ernähren kann, dann hier dieses Kind drei Kinder und dann also eben ein riesiges Handelsimperium entsteht mit Waffenhandel, mit Zuckerhandel, mit und so weiter und mit lauter gewinnbringenden Irrtümern, die das gesamte Gehirne der Bevölkerung gewaschen haben und die Menschen alle verklemmt und unglücklich und kaufsüchtig, konsumsüchtig und so weiter machen. Ja, also das heißt, also dieser Satz, nochmal von Flier, lassen wir uns das nochmal auf der Zunge zergehen. Also der Unternehmer hier hat gar keine andere Möglichkeit, also der hat aber eine andere Möglichkeit, der kann sich irren und dieser gewinnbringende Irrtum kann ihm riesigen Erfolg einbringen, wie ich gerade bewiesen habe. Bitte, jetzt müsste also Flierl hingehen und Robert Stein und Dr. Markus Krall müssten hingehen und beweisen, dass Darwin, Mendel und Wallace Unrecht hatten, dass die Natur so nicht ist, dass dieser Händler nicht der Reichere wird und dass der nicht den anderen zur Pleite zwingt und auskonkurriert, sondern dass der den großen Erfolg hat und der keinen Erfolg hat. Das sollen sie mir mal zeigen, bitte schön. Ja, das heißt, sie sollen mir zeigen, wie also das, also quasi Darwin, Wallace und Mendel nicht auf die Wirtschaft angewandt werden dürfen und dass also sozusagen dieser gute Unternehmer, den sie fantasieren, überleben würde, wobei er nach Vorstellung von Darwin, Mendel und Wallace aussterben würde, weil er durch den hier plattgemacht würde, durch dessen Marketingmöglichkeiten und durch die Gehirnwäsche, die von der gesamten Marketingstruktur ausgeht, sozusagen. Ja, also von daher sozusagen nochmal der Satz, der Unternehmer hat gar keine andere Möglichkeit, als die Bedürfnisse, die am Markt da sind, zu erkennen, das macht der hier, ja, der gute Unternehmer und der befriedigt auch nur diese. Aber der hier generiert neue Bedürfnisse, der erzeugt künstlich neue Bedürfnisse und dadurch wird er viel erfolgreicher und kann den hier platt machen und zum Aussterben zwingen, und zum Schließen seines Ladens bringen. So, und dann lesen wir doch gleich das andere Zitat auch noch dazu. Nächste Flierl-Zitat, wörtlich. Ich lasse nur einen sinnlosen Zwischenteil raus. Ich rede vom Unternehmertum, vom kleinen Unternehmen, also wieder hier dieser kleine, das kleine, gute Unternehmen, von kleinen Unternehmen, die Bedarfe sehen, die gestillt werden müssen. Und er sieht nicht, dass die einzigen, die im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft, im Markt, in einem ungelenkten Markt überleben können, sieht er nicht, dass die sozusagen nur die, die neue Bedürfnisse künstlich zerstören, durch das Zerstören des Lebens und der Gesundheit der Menschen und auch aller Milliardäre sozusagen, dass also sozusagen nur die überleben können, die alles zerstören und dadurch neue Bedürfnisse kreieren und konstruieren und neu künstlich erzeugen. Das ist also der Zentral-Irrtum von Flier, Krall und Stein. Das ist die Irreführung, das ist die gefährliche Propaganda und diese ganze Ideologie hier, die Ideologie von dem guten Unternehmer, der Gutes tun würde und dabei noch überleben könnte im Wettbewerb mit den Unternehmern, die im gewinnbringenden Irrtum leben und in den gewinnbringenden Irrtümern sozusagen, durch die gewinnbringenden Irrtümer neue Bedürfnisse erzeugen, künstlich sozusagen. Das können sie nicht, kann ja nicht sehen, können die drei nicht sehen. Und also diese bürgerliche Revolution, die da von Krall ja auch ausgerufen wird sozusagen, die würde also das Leben der Milliardäre noch weiter zerstören, ihre Langlebigkeit noch weiter verkürzen, ihre Gesundheit und ihr Lebensglück noch weiter ruinieren. Denn jeder Milliardär wird auch Opfer, genau jeder, jeder, der irgendwo eines der großen 200 superreichen Handelsimperium besitzt, als Aktionär oder wie auch immer und so weiter, der wird von den jeweils 199 anderen riesigen Handelsimperien plattgemacht, in seiner Lebensqualität, in seiner Gesundheit, in seiner Langlebigkeit. Also das heißt, was hier Krall und Flirr und Hayek und Mises und Robert Stein wollen, würde bedeuten, das Leben der Milliardäre noch unglücklicher zu machen und noch kränklicher und noch mehr Krebs bei den Milliardären hervorzurufen. Und das ist also sozusagen unendlich gefährlich, diese Ideologie, diese anti-wissenschaftliche, pseudo-wissenschaftliche Heilslehre, die also sozusagen, wobei wir wollen immer gerne diskutieren, diese Leute, diese Sektierer wollen ja nicht diskutieren, wir diskutieren ja immer gerne, also die Professoren würden gerne diskutieren, mit Krall, Flirr und Stein, wenn die uns irgendwie beweisen können, dass sozusagen ihre, dass sie letztendlich Darwin und Wolles und Mendel widerlegen können. Ja, da bin ich mal gespannt drauf. Darauf freue ich mich. Das sollte man dann mitschneiden und veröffentlichen. So, hier nochmal. Jetzt gehe ich nur mal auf zwei Beispiele ein. Hier, dann spricht Flirr über Privatschulen und Krall spricht ja auch, und er spricht auch über das von Krall genannte Abgeordnetenhonorar. Da hatte ich ja schon gesagt, dass man darüber nachdenken kann, dass man vielleicht gute Wirtschaftsmanager mit einem erhöhten Gehalt, nämlich mit einer Weiterzahlung des Durchschnittsgehalts der letzten vier Jahre ungefähr, dass man die dann also in die Politik holen kann und dadurch kompetente Leute in die Politik holt, wobei dann unterstellt wird, dass ein Wirtschaftsmanager auch als Staatsmanager qualifiziert wäre, was ja noch zu beweisen wäre. Ja, und dann die Privatschulen. Ja, zum Beispiel, jetzt gehen wir nochmal drauf ein, auf die Geschichte mit den Privatschulen. Ja, also auch unsere Milliardärskönige, unsere geliebten Milliardärskönige, denen wir ja das Leben glücklicher, gesünder und länger machen wollen, denn wir müssen ja alle mitnehmen, denn gegen die Milliardärskönige ist eine Politik generell unmöglich. Und wie gesagt, ich habe ja gerade aufgezeigt, dass was Stein, Krall und Fliel wollen, dass das quasi das Leben der Milliardärskönige weiter beschädigt und zerstört. Es gab ja früher mal Könige, die das geahnt haben und zum Beispiel alle Schamanen, alle Heiler und Ärzte sozusagen außer Landes geschickt haben, um den Gegner, das gegnerische Land zu schwächen, weil dann die Ärzte dort die Leute umgebracht haben und nicht ihre eigenen Leute umgebracht haben. Also so haben ja dann damals die viele Könige ja begriffen, durchaus einige Könige begriffen, dass hier der Arzt, der ihr Krankheit fördert und uns aus uns allen chronisch krank gemacht, dass der natürlich viel mehr Umsatz macht und viel mehr verdient und so weiter als der ehrliche Schamane und Arzt, der nicht in Irrtümern befindliche, der uns also nur einen gesunden Lebens- und Ernährungsstil lehrt sozusagen und deswegen wir ihn nie wieder brauchen und er dann deswegen auch nie wieder bezahlt wird und er dann seine Praxis spätestens nach drei Generationen schließen muss. Während diejenigen, die uns alle chronisch krank machen und die uns mit Medikamenten überschütten und dadurch chronisch krank machen und die uns mit unnötigen Operationen überhäufen, weil das Krankenhaus das Geld braucht und so weiter, die verdienen richtig gut, die verdienen Millionen und können ganze Ärzte-Dynastien und ganze Ärzte-Lehrstühle sozusagen besetzen und Medizin-Lehrstühle und können ihre Kunst der Krankheitserzeugung so weiter lehren in den Hochschulen. So, also das heißt, aber jetzt die Privatschulen, also die Privatschulen, also hier jetzt müssen wir uns wieder klar machen, hier haben wir also sozusagen eine Privatschule, wo die Lehrer die Kinder gut unterrichten würden und zwar so optimal unterrichten würden, wie es ja auch die zweiten Scientists for Future 2 vorhaben, nämlich dass am Ende gemessen wird, welche Steuerleistung die Absolventen erbringen und dass die Lehrer im Prinzip dafür belohnt werden, wenn sie wirklich nützliche Mitglieder der Gesellschaft ermöglicht haben sozusagen und den jungen Leuten ihre Kreativität zu entfalten ermöglicht haben, die dann aber in wirtschaftliche positive Wirkungen sich umsetzt sozusagen, ja. So, und nehmen wir mal an, wir hätten jetzt so eine Privatschule, die wäre jetzt ideal sozusagen, die würde wirklich für die Kinder alles tun, aber auch für die Gesellschaft, die ja von den Kindern auch Nützlichkeit erwartet, ja, und da die richtige Mischung und so weiter haben. Und jetzt hätten wir hier die Privatschule, die das genaue Gegenteil macht, die also sozusagen die Kinder so schlecht wie möglich unterrichtet, damit die möglichst oft sitzen bleiben und dann die Schule länger brauchen, damit noch mehr, und dann können noch mehr, damit mehr Gelder in die Schule, Privatschule fließen, dann können noch mehr Lehrer eingestellt werden, das Lehrertum wächst sozusagen, die Branche und es können dann auch neue Filialen aufgebaut werden und dann kann wieder jemand neues Direktor werden, solch einen achtungsvollen Posten haben und so weiter. Also je schlechter sie die Kinder unterrichten, desto mehr Geschäft können sie machen. Allerdings muss natürlich immer die Illusion gewahrt bleiben, dass die Kinder angeblich viel gelernt hätten und Gutes gelernt hätten und so weiter, ja. Und ja, jetzt ist halt die Frage, wer überlebt? Da muss man sich jetzt auch wieder fragen, würde nicht die eher schädliche Schule, die mehr den Lehrern nützt als den Kindern und mehr den Lehrern nützt als der Gesellschaft überleben, als die Schule, die eben den Kindern und der Gesellschaft gut nützt, mit wenigen Lehrern auskommt, mit wenigen fähigen Lehrern auskommt, die aber keine Aufstiegschancen haben, nicht Direktor werden können und keine besondere Karriere machen können. Ja, also das sind so die Fragen, die müsste man jetzt beantworten, die müsste man jetzt diskutieren, bevor man einfach wie Fleer die Privatschulen verherrlicht und die staatlichen Schulen völlig verurteilt, ja. Die zweiten Scientists for Future 2 haben ja vor, aus den staatlichen Schulen sozusagen etwas Positives zu machen. Dann noch ein anderes Beispiel, aber natürlich durch Lenkung, durch echte planwirtschaftliche Lenkungen, durch echte Anreize, durch Belohnung für den Dienst am Schüler und für den Dienst an der Gesellschaft, den der Lehrer dann in Zukunft bringt und durch Wettbewerb und Leistungsmessung und Markt innerhalb der Lehrer. Da haben natürlich diese ganzen Leute recht. Das ist der einzige Punkt, wo sie recht haben, dass auch in einer gesunden, idealen Planwirtschaft immer riesiger Platz sein muss für Markt, Wettbewerb und Leistung, denn das wird ja immer genannt, das Allokationsproblem, weil das alles am besten dann steuert und lenkt, ja. Das ist ja vollkommen richtig. Aber nur im Rahmen einer idealen Planwirtschaft darf man Markt, Wettbewerb und Leistung einsetzen, aber niemals außerhalb von einer gesunden, idealen Planwirtschaft, ja. Und ich muss noch ganz kurz eingehen auf diese Wortverwechslung. Also diese Wortverwechslung ist ja bei denen, auch immer bei diesen Ideologen, auch immer, dass sie so behaupten, dass diese Tyranneien, diese Blutsauger-Tyranneien und Diktaturen, die, wie man sie in der DDR kannte, die Honeggers und die ganze Sowjetunion und all diese pseudokommunistisch, pseudosozialistisch, pseudomarktwirtschaft, planwirtschaftlichen Dinge, dass das Sozialismus sei. Das ist das Gegenteil von Sozialismus. Das war nichts anderes als Tyrannei und Blutsaugerei. Und diktatorische Blutsaugerei hat nichts mit echter Planwirtschaft zu tun. Ja, die echte Planwirtschaft plant eine Gesellschaft so, dass alles an seinem richtigen Platz ist. Markt und Wettbewerb und Leistung dort, wo wir sie haben wollen und brauchen. Also ich möchte nicht von einem Arzt, der unfähig ist, operiert werden. Ich will, dass durch Wettbewerbsmechanismen und Marktmechanismen und Leistungsmessungsmechanismen ich die Garantie habe, dass ich von dem besten Arzt meiner Region operiert werde, wenn ich überhaupt schon jemals operiert werden muss. Und nicht von dem Unfähigsten, nur weil man aus irgendeinem Grunde Leistungsmessung, Wettbewerb und Markt verurteilt. Ja, das machen nur kranke, pseudosozialistische, pseudokommunistische und pseudoplanwirtschaftliche Gemüter, die gar nicht verstehen, von was sie reden. Ja, ich lasse diese Leute gerne mal von einem Arzt operieren, bei dem niemals seine Operationsleistung gemessen wurde, niemals seine Stellung im Wettbewerb festgestellt wurde und niemals, also sozusagen eine Marktsituation hergestellt wurde, in der ich die Chance hatte, diesen Arzt zu vermeiden. Den gebe ich gerne mal, den jungen Verrückten, die also von irgendwie, von Leistungsfreiheit Wettbewerbsfreiheit und Marktfreiheit und Wettbewerbsfreiheit schwadronieren. Die lasse ich gerne mal zu Tode operieren von einem dieser Stümper, die dann sie operieren werden, weil sie ja keine Ahnung haben, Möglichkeit haben festzustellen, ob dieser Arzt was kann. So, dann gehe ich aufs nächste Beispiel und das hat jetzt nichts direkt mit Nuo Wieso zu tun, sondern das ist ein Beispiel, was mir nochmal so gekommen ist durch die Videos, andere Videos, über 3000 Verkehrstote durch die soziale Marktwirtschaft, also hier unsere Autoindustrie, hier ist der gute Unternehmer, der Autos baut und versucht nur die Bedarfe zu decken und hier ist der normale kapitalistische Unternehmer, der versucht sozusagen dafür zu sorgen, dass die Menschen, die in einem Haus wohnen, keinen Kontakt mehr miteinander haben, dass sie miteinander nicht mehr schwusen, nicht mehr keine Liebespartner mehr haben, sondern das Auto dann brauchen, um nach Hamburg oder nach München zu fahren, um die wenigen Bekannten und Geliebten, die sie noch haben, zu besuchen und dann nach 500 Kilometern Autofahrt endlich mal wieder Sex zu haben. Diese verdienen viel mehr, also die mit solchen Irrtumsmemen quasi mit ihren Marketingabteilungen sozusagen die Gehirnwäsche der Bevölkerung in die Richtung lenken, dass die Bürger immer weniger Geliebte im eigenen Hause haben. Dadurch brauchen sie viel mehr Auto und konsumieren viel mehr Auto, weil sie ja nur nach Hamburg und München ständig fahren müssen, um ihre wenigen Geliebten zu besuchen. Ja, also das ist die Vorstellung von diesem guten Unternehmer ist die Vorstellung, dass das Unternehmertum keine Möglichkeit hätte, durch gewinnbringende Irrtümer die Psyche der Bevölkerung zu beeinflussen. Also sie negieren nicht nur Marketing, sondern sie negieren auch die Möglichkeiten der Gewirnwäsche durch sich ausbreitende gewinnbringende Irrtümer, die das gesamte Denken der gesamten Gesellschaft prägen als Ideologien sozusagen, als gewinnbringende Ideologien. Ja, dass diese Leugnung sozusagen, na wo ist die Maus, diese Leugnung, dass also sozusagen Unternehmertum keine Möglichkeit hätte, in irgendeiner Weise die Gehirne der Konsumenten zu beeinflussen. Das ist der Hohn, ja. Denn wozu werden Milliarden von Geldern ausgegeben und sozusagen viele Zeitschriften, die dann genau wissen, dass sie natürlich auch in ihrem redaktionellen Teil Werbung für diese Firmen machen müssen, die ihnen die Annoncen bezahlen und durch die sie als Einzige überleben. Also das ist also eine völlig, also Krall, Flirr und Stein, also völlig naive Ideologen. Ja, und also über drei, also das heißt, unsere Automobilindustrie erzeugt natürlich diese 3000 Verkehrstoten. Denn wenn die Menschen noch in Kommunen leben würden und einander lieben würden und dort arbeiten würden und so weiter, wenn Unternehmen und Kommune Einheiten wären und so weiter, wie es in der Natur vor 400.000 Jahren überall war sozusagen, ja, dann bräuchten wir diese ganze Autofahrerei nicht und wären dann auch nicht mehr bereit, 3000 Verkehrstote pro Jahr in Kauf zu nehmen. Ja, also und die Automobilindustrie hat mit ihrer Propaganda es geschafft, mit ihrem Marketing es geschafft, dass wir das für normal halten, während wir uns über ein paar wenige Corona-Tote aufregen, ja, sozusagen. Das ist also auch wieder ein Beispiel, wie Marktwirtschaft ohne echte Planwirtschaft als Überbau sozusagen alles zerstört und eben jedes Jahr immer noch über 3000 Jahre Menschen in dem Schlachtfeld des Verkehrs töten, sozusagen. Wo ein Auto als Raubtier sozusagen den Fußgänger tötet und den Fahrradfahrer tötet und so weiter, ja. Das ist, wir haben, wir schaffen uns, haben uns neue Raubtiersituationen und neueste Schlachtfelder geschaffen mit unseren Straßen und mit der künstlichen Erzeugung von überhöhten Mobilitätsbedürfnissen. Ganz abgesehen davon, dass die natürlich unendlich viel CO2 ausstoßen. So, ja, dann hat er sozusagen, jetzt hat Flierl wieder, noch wieder eine Verfügungsidee, ja, also sozusagen, ja, wo ist es da? Ja, er hat wieder eine Verfügungsidee, sozusagen, als wäre er, Stein spekuliert ja auch davon, er als Kanzler und Flierl als Finanzminister, sozusagen. Da sieht man, von was die träumen, Ideologen träumen, von etwas, was allen Milliardären schwersten Schaden zufügen würde, ja. Ja, und, also sie möchten, er möchte flieren, möchte gern vorschreiben, small is beautiful, tausend kleine Lichtensteins und so weiter, ja. Ja, eigentlich keine schlechte Idee, denn der Mensch ist ja ein Kommunenlebenwesen und in den zukünftigen Arztkommunen sozusagen werden die Menschen wieder zueinander finden und es werden, Ärzte werden es begleiten, wenn wieder sich Kommunen aufbauen und so weiter. Das ist einerseits richtig, aber andererseits ist es völlig naiv, ja. Wir leben in einer Welt, in der jederzeit, sozusagen, jeder Staat ist ja durch diese ganzen Geschichten, gewaltverherrlichenden Geschichten, durch diese ganzen Erzählungen von das eine Gruppe, die andere angeblich einfach so totgeschlagen hätte, weil der Mensch so böse ist und so aggressiv ist, sind ja alle hochgerüstet bis auf die Zähne und sind jederzeit bereit, irgendwelche, wenn sich irgendwo eine Lücke bietet, sozusagen Staaten anzugreifen und vielleicht brauchen wir deswegen sozusagen nur aus rein militärisch-technischen Gründen, um also einen Raketenabfang-Sperrriegel, sozusagen um uns herumzubauen. Brauchen wir vielleicht die United States of Northern Europe und die United States of Southern Europe, die United States of Northern Europe, alle beide mit Englisch als Sprache und so weiter, weil ohne Sprache wird das ganze babylonische Sprachengewirr nie zu einer gemeinsamen Staatsbildung führen, ja. Also sozusagen, wir sollten diskutieren über die United States of Northern Europe, nur deswegen, weil nur dort dann genügend Waffentechniker sind, die in der Lage sind, Defensivraketen zu konstruieren rund um die United States of Northern Europe, die uns zuverlässig alles Anstürmende, alles Angreifende abfangen und dazu müssen sie high-tech-mäßig allen Angriffsraketen, die auf uns zufliegen, ja überlegen sein und müssen technisch in der Lage sein und wie sollen einzelne kleine Lichtensteins jeweils eine überlegene Technologie, jede einzelne eine überlegene Technologie entwickeln. Also das ist mir schwer vorstellbar, dass wir, wir sollten vielleicht lieber die United States of Northern Europe diskutieren und innerhalb der United States of Northern Europe sozusagen lieber dann sozusagen dann in Kommunen leben, also das heißt in Unternehmenskommunen ausgehend von den Hausarztkommunen sozusagen wieder in Unternehmenskommunen leben und so weiter. Und da ist wieder dann, da ist dann small, beautiful. Der Mensch hat eine natürliche Größe von Kommunengröße von wahrscheinlich 60 bis 120 Individuen circa. Und das ist dann, small is beautiful, richtig. Aber wie gesagt, diese naive Sichtweise hat das Verteidigungsproblem völlig außer Acht gelassen und völlig außer Acht gelassen, dass wir von lauter kriegslüsternen und gewaltlüsterneren Staaten umgeben sind, gegen die wir uns ja sichern müssen. Sonst sagen die ganz einfach, ach ja, die können sich nicht mehr verteidigen, weil die alle so klein sind und dann können wir sie ja alle Stück für Stück einnehmen, diese kleinen, kleinen Lichtensteins sozusagen. Ja, und ja, und dann muss ich noch einmal erklären, also wie, also das, was die zweiten Scientists for Future 2, ja den Milliardärskönigen unserer Welt anbieten, ist eben nicht wie Stein, Flirrl und Krall sozusagen die völlige Zerstörung der Lebensqualität unserer Milliardärskönige, sondern erst einmal ein Wirtschaftswunder von 0,5 Billionen Euro jedes Jahr allein für Deutschland. Also das heißt, es geht, wir sind gar nicht angewiesen auf die Milliarden unserer Milliardärskönige, die denen wegzunehmen, ja, wir wollen niemanden enteignen, also Eigentum muss bleiben, ja, also Eigentum sollen die Milliardärskönige in Zukunft nur freiwillig verschenken, aber niemand wird enteignet, niemandem wird etwas weggenommen, mit 0,5 Billionen pro Jahr sind wir so reich sozusagen durch die Reformen der zweiten Scientists for Future 2, dass wir, das müsst ihr halt alles in den anderen Videos nachschauen, in den 300, über 330 Videos und in den Texten der zweiten Scientists for Future 2, wie dieses Wirtschaftswunder selbstverständlich zustande kommt. Ich erkläre es nur mit einem Satz hier, das alles, dieses ganze Spiel, diese irreführenden, gewinnbringenden Irrtümer, das kostet uns riesige Verluste. Wir bezahlen quasi die Tatsache, dass wir krank gemacht werden durch unsere Medizinindustrie, zu chronisch Kranken verwandelt werden, dafür bezahlen wir Abermilliardengelder, 375 Milliarden jedes Jahr, Tendenz stark steigend, ja. Das heißt also, wir verlieren überall unendlich viel Geld, wir bezahlen der Lebensmittelindustrie für krankmachende uns, krankmachende Zuckerprodukte, überzuckerte Produkte, wir zahlen, für krankmachende Produkte geben wir Milliarden aus, anstatt für gesundheitsförderliche und gesundheits... Und also, das sind alles Verlustgelder, denn alle die Mitarbeiter in den Betrieben sind ja alle nur halbleistungsfähig, weil sie einmal durch die Ärzte krank gemacht werden und einmal durch die Lebensmittelhändler krank gemacht werden. Und wer soll dann noch Leistung in den Unternehmen bringen und Innovation bringen? Abgesehen ganz davon, dass wir ja im Moment den Riesenfehler machen, dass wir sozusagen hier unsere leistungsfähigen, unsere Fachkräfte und unsere klugen Frauen und Männer keine Kinder mehr kriegen lassen, sondern sie dafür bestrafen. Also schaut euch die Videos an, wo erklärt wird, wie die zweiten Scientists for Future 2 dafür sorgen wollen, dass wir hier wieder viele Kinder bekommen und dann auch ein Einwanderungsgesetz, das aus aller Welt herzlich alle einlädt, die hier Kompetenzen haben, also die in der Normalverteilung überdurchschnittliche berufliche Kompetenzen haben. Und dort dann, wie eine neue Moral entsteht, dass man eben Kinder nur in die Welt setzen sollte, wenn man auch in der Lage ist, diese Kinder anständig zu versorgen und sodass wir also dann hier wieder, wie es jede gesunde Gesellschaft macht, dass die leistungsfähigen viele Kinder haben und die wenig leistungsfähigen den Anstand haben und sagen, ich kann einem Kind nichts bieten, also ich verzichte auf Kinder, ich sorge erst mal dafür, dass ich beruflich qualifiziert werde, einen guten Job habe, richtig erfolgreich bin und dann setze ich Kinder in die Welt. Und dafür müssen auch die Rahmenbedingungen natürlich entsprechend geändert werden, siehe die anderen 330 Videos und so weiter. Also das heißt, wir müssen die gesamte Gesellschaft therapieren und dann ist es so, dass eben für die Milliardäre, dass die Milliardäre erstens unsere Milliardärskönige, also auch so, ich muss das vielleicht noch kurz erwähnen, wo ist es? Hier, also zum Beispiel die Einführung der Wohlfühlnotenwahlstimme, die würde ja planwirtschaftlich sozusagen eben ermöglichen, dass unsere Milliardärskönige, wo sind sie? Unsere Milliardärskönige so richtig schön gesünder, reicher und glücklicher werden können sozusagen. gesünder, glücklicher und langlebiger leben können. Was sie mit ihrem Reichtum machen, dass sie den Reichtum dann wahrscheinlich an die geliebten Frauen und Kinder ihrer zukünftigen Kommune vielleicht schenken werden, das ist alles Freiheitsbereich. Wir sind auch für absolute Freiheit. Die zweiten Scientists for Future 2 sind vollständig für absolute Freiheit. Also ein Milliardärskönig kann so leben, wie er möchte und wenn er in der Monogamie leben möchte, in diese, also wir müssen uns noch einmal klar machen, dass also hier, die Gehirnwäsche, dieser Händler erzählt, also Sex ist schlecht, schmutzig und unkeusch, habe ich vorhin erzählt. Und dann erzählt er noch weiter, dieser Händler mit seinen Märchenerzählern und seinen Marketingabteilungen, bringt die Philosophie in die Gehirne der Bevölkerung rein. Hier sozusagen nur die Monogamie, also nur und dann die mit ganz wenig Sex sozusagen, die ist gut für die Menschheit. Das ist die richtige. Man muss die Sexualität eindämmen, begrenzen auf die Monogamie und so weiter. Und das kann gerne jeder Milliardärskönig auch in Zukunft glauben, diesen gewinnbringenden Irrtum, der die Menschen sexuell verklemmt gemacht hat, die Sexualität eingeschränkt hat, die das sexuelle Liebeskommunenleben zerstört hat und beendet hat sozusagen. Das darf er gerne weiterleben, aber er darf sich auch, er hat das Freiheitsrecht, er darf sich auch gerne als Milliardärskönig sozusagen auch den Kommunen anschließen, die von den Hausärzten ausgehen, weil die dann genau wissen, dass es nicht gut ist, dass der Mensch alleine ist oder zweisam alleine ist, in der Monogamie gefangen ist und so weiter. Aber das ist Freiheitsrecht. Jeder darf darüber spekulieren und man muss ganz klar sagen, die ganze rechte Schiene, auch die ganze AfD und so weiter, führt ja alles in die Irre. Die wollen quasi das, was der Kapitalismus an Lebensqualitätszerstörung produziert hat, Monogamie und all diese Sachen, die wollen sie noch stärken und wollen die bürgerliche Kleinfamilie, die das Armutsprodukt ist. Die Kinder waren so glücklich in ihren Kommunen und so weiter vor 400.000 Jahren und dann jetzt werden sie von alleinerziehenden Müttern in winzigsten Einheiten und so weiter aufgezogen und so weiter. Schrecklich. Und diese Lebensqualitätszerstörung wollen ja also die AfD und all die anderen auch den Milliardärskönigen unserer Welt zufügen. Ja, also ich fasse zusammen, ich gehe nochmal alles durch, ob ich auch alles gemacht habe. Also Greta Thunberg, nur hier liegt der Weg. Also nur bei den zweiten Scientists for Future 2 liegt der richtige System Change, not Climate Change. Und wie gesagt, wir müssen darauf achten, dass wir Zuwanderung ja und Migration ja, aber nur die kompetentesten der Welt und genauso Kinder von den fähigen Fachkräften und unseren klügsten Frauen und Männern, ja, die ihren Kindern auch was bieten können und so weiter. Und diesen Bereich, das ist Naturgesetz, der muss immer kleiner werden und schrumpfen und so weiter. Denn die Wanderdüne, wenn die Wanderdüne nicht in diese Richtung weiterläuft, ja, und wir alle durchschnittlich beruflich nicht immer leistungsfähiger werden, dann sterben wir aus. Dann gehen wir kaputt. Denn alle anderen Staaten, China rennt so schnell sie können und deren Wanderdüne wandert stetig nach rechts. Immer mehr Menschen haben dort berufliche Qualifikationen und sind hochkompetent und konkurrieren uns aus und machen Europa platt. Und, ja, das ist also sozusagen, dann, ja, die Wohlfühlnotenwahlstimme, die würde eben endlich alles dahin lenken, dass unsere Milliardärskönige, ja, also endlich glücklicher und gesünder leben können und so weiter, ja. Also, dann schauen wir mal, ja. Ja, da sind wir wieder am Anfang. Also, ich hoffe, es ist mir gelungen, klarzumachen, wie gefährlich nur wieso diese Ideologiesender sind, nur wieso, wie gefährlich Stein, Fliel und Dr. Markus Krall und dessen bürgerliche Revolution für die Milliardärskönige ist. Allerdings auch, wie gefährlich die Ideologie mancher Antifa-Leute ist, die also sozusagen unsere Milliardärskönige hassen und anstatt dafür zu sorgen, dass wir uns alle wieder lieben dürfen, weil wir dem Kapitalismus die Giftszene gezogen haben, sozusagen, und ihn beendet haben und ihn durch ein echte, echt, urmatriarchale, ur-kommunistische, ur-sozialistische und ur-demokratische und ur-planwirtschaftliche, echt-planwirtschaftliche Gesellschaft mit dem richtigen Maß von Marktwettbewerb und Leistung, Leistungsmessung, sozusagen, aber auch mit der richtigen staatlichen Lenkung sozusagen erzeugt haben und dann vielleicht sogar uns der United States of Northern Europe in Englisch erfreuen können und dadurch mit den Chinesen halbwegs mithalten können und mit den USA halbwegs mithalten können und nicht völlig platt gemacht werden. Ja, und für die Flüchtlinge ist ja auch gesorgt, denn Deutschland würde eben dann das, was sie das Geld, was sie dem Erdogan gezahlt haben für die Flüchtlingslager für Syrien, das hätten die Deutschen selbst in die Hand nehmen können, hätten dort türkisches Gelände pachten können für viel Geld und hätten dort deutsche Lager aufgebaut, wo dann sie mehr Flüchtlinge versorgt hätten als einigermaßen ausreichend versorgt hätten als alle anderen Staaten der Erde, wären damit ihre moralischen Verpflichtungen aus der schrecklichen Zeit des Hitlertums sozusagen gerecht geworden und hätten damit dem Asylgedanken Genüge getan, aber wie gesagt, kein Asylant sollte mehr nach Deutschland kommen, sondern in den Deutschen oder in den UNO Flüchtlingslagern gut versorgt werden, aber nicht so, sondern es wie jeder vernünftige Staat machen, hier nochmal abschließend, wo war es? kein vernünftiger Australien, Kanada, alle vernünftigen USA, der Staaten der Erde lassen, begrüßen gerne Ausländer, sind null rassistisch, sind null faschistisch, sind null nationalsozialistisch, sondern sagen herzlich willkommen alle Ausländer dieser Erde, solange ihr gut beruflich qualifiziert seid und Kinder herzlich willkommen, solange eure Eltern beruflich hoch qualifiziert sind, wunderbar ist alles ein Riesenzugewinn für uns und wir werden so, unsere Wanderdüne wandern nach rechts, so wie es die Evolution vorschreibt, denn es gibt eben keine Situation auf der Erde, wo wir nicht, wie heißt es so schön, so schnell wie möglich rennen müssen, um am gleichen Platz zu bleiben, also um gleichen Platz im Wettbewerb mit China zu bleiben, müssen wir wahnsinnig schnell, muss die Wanderdüne nach rechts wandern und wir müssen wahnsinnig schnell beruflich kompetenter werden, um überhaupt am gleichen Platz bleiben zu können, wenn wir sagen, nein, wir holen uns lauter Menschen aus aller Welt rein, hier aus dem niedrig qualifizierten Bereich und wir holen uns, wir animieren auch mit Geldleistungen, dass alle Kinder bekommen, die niedrig qualifiziert sind, und ja, dann wandert die Wanderdüne nach links und die anderen wandern rasend schnell nach rechts und dann sind wir abgehängt und dann ist Europa pleite und dann werden wir irgendwann erobert und militärisch zusammengeschossen und dann wird unser Land besiedelt werden von Chinesen und Amerikanern und Kanadiern und Australiern und so weiter. Die Australier brauchen ja sowieso neues Land, weil ja ihr Land verbrennt sozusagen. Ja, also sozusagen so viel zum Ernst der Lerge. Ja, also liebe abschließend, liebe Milliardärskönige, diese ganzen Ideologen sind gefährlich für euch, die einzigen, die uns alle glücklich machen können und euch glücklich langlebiger und gesünder machen können und zwar gewaltig sind die zweiten Scientists for Future 2 die Retter von allen. Tschüssi!